Ich bin Tinkrit Treu, ich bin im Pastoralteam der Nacht als Liturgiebeauftragte. Für mich ist es ein Herzensanliegen, dass wir den Glauben am Ort lernen und feiern können. Darum engagiere ich mich schon lange ehrenamtlich in der Liturgie. Es ist mir ganz wichtig, dass wir in der Pfarre, aber auch in der Pfarrkirche in Stockholm erfinden. Das Pastoralteam für mich ist ein Gremium, wo unsere Arbeit, unsere Berufung, unser Engagement als Ehrenamtliche in der Kirche eine Wertschätzung erfährt, wo es bestätigt wird. Ein Gremium, wo Leute dort sitzen, wenn die gut zusammenfügen, wo man wunderbar arbeiten kann, wo man so Alltagsbewegungen, Alltagsthemen für eine Pfarre, Gnot und unkompliziert durchschaffen kann oder Themen für den PGL vorbereitet kann. Planstern Planstern Planstern